Konnichiwa Minasan! Wer waren oder sind die Yakuza? Das ist eine Frage, die ihm immer mal wieder gestellt wird und heute werden wir uns das ganze Thema mal ein wenig genauer anschauen. Die Yakuza werden auf Japanisch auch Yakuza genannt, aber mehr als Yakuza benutzt man den Begriff Boudyokudan, was mehr oder weniger heißt, ja kriminelle Vereinigung oder kriminelle Gruppe. Die Yakuza werden in Deutschland oder im Westen auch immer gerne mit der Mafia verglichen. Selbst würden die Yakuza sich wahrscheinlich nicht so ganz mit der Mafia vergleichen, warum werden wir uns gleich auch anschauen. Und im Grunde sind das wirklich Gruppen von, ja mehr oder weniger Kriminellen, könnte man sagen, obwohl die Aktivitäten der Yakuza nicht immer kriminell sind. Der Begriff kommt eigentlich aus der Edo-Zeit, also so vor 300, 400 Jahren ungefähr hat das so ein bisschen angefangen und die Yakuza setzen sich zusammen aus den Ständen, während des Gesellschaftssystems der Edo-Zeit gab es viele verschiedene Stände und die Stände, die ganz unten waren, die also gesellschaftlich überhaupt nicht gut angesehen waren oder so, die haben sich dann zu Gruppen immer zusammengeschlossen, weil sie eben auch nur mit Leuten aus ihren Gruppen in der Regel Kontakt haben durften und daraus hat sich dann mehr oder weniger diese verschiedenen Yakuza-Gruppen entwickelt und die waren vor allem nicht ganz so gut angesehen, weil sie eben dreckige Berufe oder schmutzige Berufe, haben die Japaner gesagt, oder Unreine auch ausgeführt haben und dazu gehörte eben auch so ein bisschen das Glücksspiel. Glücksspiel ist in Japan, so eine Sache ist eigentlich nicht so erlaubt, aber da gibt es dann auch wieder viele Grauzonen und die Yakuza waren eben vor allem in diesen Glücksspielen dann auch aktiv und deswegen war es halt eine Untergrundgruppe, könnte man sagen, oder Untergrundgruppen, die ein bisschen an der normalen, legalen Gesellschaft vorbeigelebt haben und ihr Geld halt vor allem mit illegalen Aktivitäten verdient haben. Man kann aber eigentlich nicht von den Yakuza sprechen als eine einzige Gruppe, sondern es gibt viele verschiedene Yakuza-Gruppen, das werden wir uns gleich auch noch anschauen und die verstehen sich untereinander auch nicht immer so gut, denn es gibt dann manchmal im Fernsehen, vor ein paar Jahren war das, da haben sich dann zwei Gruppen irgendwie einen Battle geliefert mit Schusswaffen und dann ist auch einer gestorben und nur verletzt worden und so, also die können sich untereinander nicht immer ganz so abhaben und es sind viele kleine, voneinander getrennte Gruppen, bei denen mit Sicherheit einige auch zusammenarbeiten, aber viele auch sagen, nee, nee, das ist eine andere Gruppe, mit denen wollen wir überhaupt nichts zu tun haben, sondern die fighten dann eben auch schon mal. Das muss einem klar sein. Innerhalb dieser Yakuza-Gruppen gibt es aber sehr, sehr starke Hierarchien, also die sprechen immer vom Oya-Bün, Oya-Bün, da steckt das Wort Oya für Eltern drin, das ist eben der Boss sozusagen und dann Kobün, da steckt das Ko für Kind drin und das ist dann der Untertane oder der Untergebene. Innerhalb dieser Yakuza-Gruppen gibt es dann oft einen strengen Kodex und der besagt vor allem, dass dem Boss vertraut werden muss, dass man alles machen muss, was der Boss sagt und wenn man irgendwas macht, was dem Boss nicht gefällt oder was eben diesen Kodex bricht, dann wird man dafür bestraft. Da habt ihr vielleicht schon mal gehört, dass dann der Finger hier, die linke war es, glaube ich, die linke Fingerkuppe wird abgetrennt als Zeichen dafür oder als Entschuldigung dann. Das kommt im Übrigen auch daher, weil früher, zur Zeit, als diese ganzen Yakuza-Geschichten aufgekommen sind, hat man noch mit Schwertern gekämpft und wenn dann hier die Fingerkuppe fehlte, hatte man nicht so ein gutes Griffgefühl vom Schwert her und konnte nicht so gut kämpfen beziehungsweise war dann mehr auf die Gruppe angewiesen und musste sich mehr unterordnen und deswegen hat man das eben gemacht. Wenn jemand aufmüpfig war, hat man ihm die Fingerkuppe abgetrennt, damit er eben nicht mehr alleine sich da irgendwie durchkämpfen konnte, sondern mehr auf die Gruppe angewiesen war. Da kommt das eigentlich her. Das wird heute wohl teilweise auch immer noch gemacht sogar. Das ist ein bisschen, naja gut, weiß man nicht so genau. Das ist schon hart, wenn dein Finger dann einfach weg ist. Also man sollte dem Boss schon vertrauen und man sollte das machen, was der Boss sagt. Und das ist wirklich auch heute noch sehr wichtig, dass diese Hierarchien eingehalten werden. Was vielleicht auch noch ganz interessant ist, ist, dass die Yakuza, diese Yakuza-Gruppen vor allem aus Männern bestehen. Also 90% oder so sind Männer und wenn sich Frauen in diesen Gruppen befinden, dann sind es oft die Frauen von irgendwelchen Bossen oder von hochrängigen Yakuza-Mitgliedern und da dürfen natürlich die Untergebenen dann auch, müssen die Hand weglassen, dürfen mit der Frau da nichts anfangen und so. Also Frauen bestehen innerhalb dieser Gruppen nicht so wirklich, was auch irgendwie Sinn ergibt, weil wenn man zum Beispiel mal in die Gefängnisse guckt, auch weltweit, die meisten Kriminellen, das sind eben Männer, weil die ist ein bisschen übertreibend dann in vielen Fällen und das heißt, auch in Gefängnissen hat man halt verhältnismäßig wenig Frauen im Vergleich zu Männern und die Yakuza sind ja mehr oder weniger halt eine kriminelle Vereinigung und da ergibt das dann auch Sinn, dass die vor allem aus Männern bestehen. Dann kennt ihr vielleicht das Klischee, dass Yakuza-Mitglieder immer Tattoos haben. Das ist auch was, was lange besteht oder immer noch besteht, also viele Yakuza-Mitglieder haben diese Tattoos und deswegen dürfen die zum Beispiel auch nicht in Onsen rein, weil man früher gedacht hat, wenn man ein Tattoo hat, dann ist man ein Verbrecher und Verbrecher wurden früher auch mit Tattoos gebranntmarkt beziehungsweise da diese Tattoos eben auch für Yakuza standen, wollte man die Leute aus dem kriminellen Milieu natürlich nicht bei sich im Geschäft oder im Onsen haben und deswegen hat man die ausgeschlossen. Es ist auch heute noch so, dass in Japan Tattoos nicht immer so gut angesehen werden, gibt zwar auch jüngere Japaner, die da drauf stehen und die sagen, ja das finden wir ganz nett, aber ich würde sagen, der überwiegende Teil der Japaner, der würde immer noch sagen, nee, Tattoos sind nicht gut. Bei Ausländern verzeihen sie es schon mal eher, aber bei Japanern ist das immer noch mal eine ganz andere Geschichte und es gibt auch heute noch sehr viele Onsen, in die man nicht reinkommt, wenn man ein Tattoo hat. Also das mit den Tattoos ist so ein Klischee über Yakuza, stimmt aber durchaus schon. Was machen die Yakuza aber eigentlich heute? Sind die immer noch in krumme Geschäfte verwickelt und da kann man denke ich ganz klar sagen, ja und nein. Also es gibt immer noch einige Yakuza-Gruppen, die zum Beispiel sowas wie Menschenhandel machen, mit Philippinerinnen zum Beispiel, die holen sich junge Philippinerinnen, versprechen denen in Japan ein tolles Leben, aber was dann passiert ist, dass die hier als Sexsklaven oder so arbeiten müssen oder halt irgendeine Arbeiten machen müssen, die nicht so menschenwürdig sind, also Menschenhandel sind sie immer noch drin, der Drogenhandel wird vor allem auch von den Yakuza immer noch abgewickelt, nicht von allen Yakuza, es gibt auch Yakuza-Gruppen, die sagen, Drogen sind verboten, aber einige andere Gruppen, die erlauben das und die beherrschen auch diesen Drogenhandel. Ansonsten gibt es aber auch Bereiche, in denen die Yakuza nicht so Illegales machen, sondern sie sind zum Beispiel auch im Bankenwesen aktiv, machen Aktiengeschäfte, machen Immobiliengeschäfte, besitzen Grundstücke und sowas, das gibt es also auch, sie sind auf den Festen aktiv, also viele Feste, die es in Japan gibt, die Leute, die die Stände betreiben, da wird auch immer gesagt, hier bei uns in der Umgebung wird auch gesagt, ja, ja, das machen die Yakuza immer noch, ob das jetzt so stimmt, weiß ich nicht 100%, aber das ist auf jeden Fall was, was die lokalen Japaner hier auch immer sagen, dass diese Buden von Yakuza betrieben werden, sowas machen sie also auch und es gibt teilweise auch Gruppen, die zum Beispiel bei Katastrophen helfen, während dem Erdbeben und dem Tsunami in Fukushima 2011 zum Beispiel, da gab es Yakuza-Gruppen, die dann Trucks mit Essen und Hilfsmitteln in die entsprechenden Regionen geschickt haben, also die Yakuza helfen durchaus auch schon mal, es ist jetzt nicht so eine rein kriminelle Vereinigung, die man vielleicht mit der Mafia vergleichen könnte und so und deswegen sagen viele Yakuza in Japan auch, wir sind nicht die ausländische Mafia, vergleicht uns nicht damit, weil die haben hier halt einen sehr strengen Ehrenkodex, der eingehalten werden muss und sind doch nochmal so ein bisschen anders und deswegen gibt es in Japan auch geteilte Stimmen, es gibt nämlich auch Leute, die sagen, die Yakuza sind eigentlich gar nicht so schlecht, weil sie den Untergrund, die Untergrundgeschäfte in Ordnung halten und schauen, dass zum Beispiel beim Drogengeschäft nicht irgendwie was total schief läuft oder so, sondern die erhalten da eine gewisse Struktur, was das Ganze wesentlich sicherer macht für Japan generell, das heißt in dem Untergrund, in der Unterwelt hier in Japan, die wird immer noch von den Yakuza mehr oder weniger beherrscht und die bringen da dann eben auch ein bisschen Ordnung rein und deswegen sagen einige halt, so schlecht sind die gar nicht, wie es immer dargestellt wird, aber die japanische Regierung hat dann Gesetze erlassen, die die Aktivitäten der Yakuza noch illegaler machen, die auch eine Mitgliedschaft in so einer Gruppe dann illegal macht und so weiter und seit ein paar Jahren gehen die Japaner da auch strenger gegen vor, habe ich euch auch mal eine Grafik mitgebracht, hier sehen wir nämlich ganz eindeutig, dass die Zahl der Leute, die zu den Yakuza gehören oder die irgendwas mit den Yakuza oder solchen Gruppen zu tun haben, von 2009 bis dann jetzt letztens sehr, sehr stark gesunken ist und das hängt vor allem damit zusammen, da seit 2009 die japanische Polizei und Regierung auch stärker gegen die Yakuza vorgeht und deswegen nimmt der Einfluss der Yakuza natürlich auch immer mehr ab, weil immer weniger Leute da sind, die was machen. Dann habe ich euch hier nochmal eine Grafik mitgebracht, auf der wir sehen, wo denn die Yakuza aktiv sind und da sehen wir natürlich vor allem in Tokio sind die aktiv, dann hier im Raum Osaka, im Raum Kansai vor allem auch, in der Präfektur Hyogo, da gibt es nämlich die Yakuza-Gruppe, die auch am größten ist und zwar die sogenannte Yamaguchi-Gumi, die ist in Kobe ansässig, ich war auch schon mal bei deren Haus, jetzt denkt euch wahrscheinlich, warum war ich bei deren Haus, da bin ich mit der Gastfamilie vorbeigegangen, die Gastfamilie meinte, hier guck mal, das ist das Haus von denen, riesengroßes Anwesen dieses Haus, mit Überwachungskameras und was weiß ich nicht alles, also die sind immer noch sehr aktiv und die haben auch noch relativ viele Mitglieder da, dann gibt es noch die Sumiyoshi-Kai, das ist auch eine relativ große Gruppe und die Inagawa-Kai, die ist auch noch relativ groß, in Japan, das sind so die drei größten Yakuza-Familien oder Gruppen, die noch vorhanden sind und in Kita-Kyushu, also in Nord-Kyushu, sind sie auch noch sehr aktiv und generell auf Kyushu, da gibt es auch noch viele Yakuza-Gruppierungen, das sind so die Gebiete in Japan, in denen die immer noch relativ aktiv sind. Was man ansonsten noch zu den Yakuza sagen kann, ist, dass sie oft auch politisch gesehen eher so in der rechten Ecke sind, also sind stark nationalistisch oft, ja, wollen Japan beschützen sozusagen, obwohl auch viele Koreaner zu den Yakuza gehören und beziehungsweise die Koreaner, die früher vor allem auch diskriminiert worden sind in Japan, die gehörten natürlich auch nicht zu den oberen Schichten der Gesellschaft, sondern waren ganz unten und sie sind dann auch oft in solche Yakuza-Gruppen gegangen, das heißt, auch ein bisschen komisch irgendwie da, was die genau wollen, aber sie neigen eher dazu, auch ein bisschen im politisch-rechten Spektrum aktiv zu sein. Dann habe ich noch zwei interessante Geschichten für euch, zum einen, die Yakuza haben heute auch immer noch Einfluss auf Politik zum Beispiel, aber auch auf verschiedene Unternehmen, im Bankenwesen ist zum Beispiel, als die Bubble geplatzt ist, ist rausgekommen, dass da Yakuza auch immer noch aktiv waren und ich weiß von einer Firma, bei der ich mal ein bisschen gearbeitet habe, für Unterricht und so, dass die hier in Japan Geschäfte machen wollten, mit Grundstücken dann auch, also in die Immobilienrichtung und die hatten Probleme, weil der Partner, der japanische Partner, hat zu einem Grundstück nie so wirklich Informationen gegeben und hat immer gesagt, ja, überlassen sie das uns, überlassen sie das uns, wir machen das schon irgendwie, da brauchen sie sich gar nicht drum zu kümmern und was die eben vermutet haben ist, dass dieses Grundstück wahrscheinlich den Yakuza gehörte beziehungsweise das war sehr, sehr wahrscheinlich, dass denen das gehörte und dass eben der japanische Partner, der halt eine gut angesehene Firma war, jetzt nicht wollte, dass die irgendwie damit involviert werden, die Ausländer in diese Yakuza-Angelegenheiten und die Yakuza haben das am Ende dann mehr oder weniger auch verhindert, dass das gut funktioniert hat da, also sie haben durchaus schon, wenn man in die aktiven Gebiete geht von denen, noch einen relativ großen Einfluss und es wird auch immer mal wieder Schutzgeld gefordert von Restaurants oder so, die sich in den entsprechenden Vierteln befinden, dafür sorgen die Yakuza dann eben aber auch für Recht und Ordnung in diesen Vierteln. Eine andere Geschichte, habe ich noch von meinem Steuerberater gehört, der ist nämlich früher mal gerne in die USA geflogen für einen Urlaub, für so einen Kurztrip oder auch für eine Geschäftsreise und der wurde am Flughafen, wurde der immer kontrolliert, ob der noch alle Fingerkuppen haben, hat er gesagt, als er in die USA eingereist ist, haben sie ihm immer mal am Finger gezogen, ja, ob denn auch der Finger echt ist, weil die gedacht haben, der wäre Yakuza und man muss ganz ehrlich sagen, mein Steuerberater, der sieht auch ein bisschen so aus, also der sieht schon aus wie so ein heftiger Gangster-Boss irgendwie, als ich den das erste Mal getroffen habe, habe ich auch gesagt, oh, okay, was ist er denn, aber er gehört nicht zu den Yakuza, zumindest weiß ich davon nichts und er hat auch noch alle Finger, also es sollte okay sein, ja, aber der sieht schon so ein bisschen aus und das heißt, da wird in den USA auch immer kontrolliert, weil die natürlich nicht wollen, dass Yakuza irgendwie reinkommen und man muss sagen, Yakuza sind auch nicht immer die ärmsten Leute, sondern die haben schon einiges an Geld, gerade die oberen Riegen, die haben schon ordentlich Schotter, weshalb die sich Reisen und so natürlich auch leisten können und gerade Banken, Finanzwesen und eben Immobilienwesen sind sie auch drin und dann gibt es manchmal so Aktienspiele, da wollen sie eine Firma irgendwie schaden, dann kaufen die die Aktien von der und spielen damit irgendwie rum, habe ich auch schon Geschichten gehört, also die sind immer noch ein wenig aktiv. Wie gesagt, nimmt aber der Einfluss der Yakuza auch immer mehr ab, weil eben die Mitgliederzahlen auch immer mehr abnehmen und die Regierung und die Polizei gegen diese Gruppen immer stärker vorgeht. Das ist soweit, alles was ich zu den Yakuza jetzt erstmal herausgefunden habe, es ist vielleicht nicht immer so mysteriös, wie es in manchen Spielen oder Firmen dann dargestellt wird, da wird natürlich auch immer ein bisschen übertrieben und man sieht jetzt, also ich weiß nicht, woran man Yakuza genau erkennen soll, manchmal in Osaka, in gewissen Vierteln, sehe ich Männer in Anzügen, die so ein bisschen aussehen, wie dieses typische Yakuza-Klischee und da sagt man dann auch manchmal, das sind bestimmt Yakuza oder so, ja, aber ob es die dann wirklich sind, man weiß nicht, ich meine, bei meinem Steuerberater könnte man es wie gesagt halt auch denken. Ist trotzdem recht interessant, wie ich finde und man muss halt wirklich ganz klar festhalten, es ist, Yakuza sind nicht gleich Mafia, so wie man Mafia aus Italien oder so kennt, das ist nochmal komplett anders und die Yakuza selbst versagen von sich wohl auch, wir sind nicht zu vergleichen mit der ausländischen Mafia, wir haben den Ehrenkodex, wir sind was Besseres, sagen sie sozusagen und sie bringen auch in die Unterwelt hier von Japan ein bisschen Struktur rein, aber wenn ihr zum Beispiel nach Tokio geht und dann in das Vergnügungsviertel da zum Beispiel, da werdet ihr in der Regel, wenn ihr da in etwas zwielichtigere Geschäfte geht, werdet ihr auf Geschäfte treffen, die von Yakuza betrieben werden, das ist immer noch deren Gebiet da, diese zwielichtigen Geschäfte, vor allem auch alles, was irgendwie mit der Sexindustrie zu tun hat oder so, da stecken die Yakuza auch immer noch sehr viel drin, das muss man sich auf jeden Fall klar machen. Ansonsten habe ich jetzt persönlich keine großartigen Erfahrungen mit Yakuza in Japan gemacht, kann sein, dass ich schon mal jemanden getroffen habe, der bei den Yakuza ist, aber der hat es mir dann nicht gesagt, also insofern war es unwissend, es gibt immer wieder Skandale in der prominenten Welt in Japan, wenn die in irgendeinem Restaurant hat jemand nach einem Foto gefragt, dann ist rausgekommen, dass diese Leute zur Unterwelt in Japan gehört, also zu den Yakuza und dann musste dieser Prominente seinen Job räumen oder so, weil er ein Foto mit einem Yakuza gemacht hat und die dann Verbindungen irgendwie herstellen wollten, das passiert immer mal wieder, also man muss aufpassen, mit wem man Fotos macht in Japan als Prominenter, das ist nicht immer so gut, deswegen machen einige auch gar keine Fotos mehr, außerhalb von offiziellen Events oder so, muss man immer ein bisschen aufpassen, aber ich persönlich hatte noch keinen Kontakt und ich finde das Thema einfach interessant, ich finde die als Gruppe interessant, natürlich sind die Tätigkeiten, die sie oft machen, Menschenhandel und so, ist natürlich absolut nicht gut und das sollte man auch nicht dulden und ich hoffe, dass die japanische Regierung beziehungsweise die Polizei da auch gut durchgreift, aber es ist natürlich auch für die immer schwierig, weil die mit Sicherheit teilweise auch ganz gute Kontakte zu den Yakuza haben, weil die Yakuza den Polizisten teilweise natürlich auch helfen, Verbrecher zu finden oder so, weil die Yakuza sich natürlich komplett auskennen in der Unterwelt Japans, das ist deren Gebiet, das machen die und insofern besteht ja vielleicht auch manchmal eine Zusammenarbeit, die auch fruchtbar ist, also da muss man dann immer, denke ich, ganz genau auch gucken, welche Gruppen sind gefährlich, welche Gruppen sind nicht gefährlich und ja, es ist auf jeden Fall ein interessantes Thema. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr dazu denkt, habt ihr die Yakuza-Spiele gespielt? Gibt ja eine Spielereihe, ich persönlich habe die nie gespielt, ich habe auch nie einen Film über die Yakuza gesehen, sondern immer nur gelesen über die Yakuza und das, was mir eben erzählt worden ist und was ich so herausfinden konnte. Schreibt mir eure Erfahrungen mit den Yakuza in die Kommentare, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Das soll es von diesem Video hier gewesen sein, vielen Dank fürs Zusehen, ich hoffe, ich konnte euch was Neues über Japan vermitteln, ihr konntet was Neues lernen, schaut gerne in die Videobeschreibung, da gibt es noch einen Link, über den ihr meine Arbeit hier durch eine direkte Spende unterstützen könnt, außerdem gibt es eine Menge an Online-Kursen, falls ihr Japanisch lernen wollt, ihr könnt Mitglied auf diesem Kanal hier werden und es gibt meinen Amazon-Affiliate-Link. Vielen Dank fürs Zusehen und hoffe ich bis zum nächsten Mal. Tschüss!